hallo und willkommen zu dem neuen video ich spiele jetzt minecraft jannis live ist jetzt direkt neben mir sag mal hallo ja okay dann klicke ich mal drauf ja auch im server die auf die auf die kreis so jetzt gehst du navigator klickt auf den boden es gibt auch survival games jetzt kriegst du wieder auf dem boden kannst du dein kit auswählen was willst du da kriegst du ein steinschwert dann holzschwert mit drei steaks und gleich wenn die zeit um ist dann kommst du in so einem kreis und in der mittel sind kisten und kisten und eine der kisten musst du hinlaufen und looten und dann kämpfen alle nach 20 sekunden ist die schutztzeit vorbei ich bin wahrscheinlich jetzt nur eine runde danach stelle ich ja warum die leder und so da so anziehen nein ich muss dass du nicht gerade der beste bist aber ein verzauberter steinschwert warte da machen wir so dass ich dann auch ja ja mann goldschwert ist da drin äh hä das goldschwert gesehen habe ich schon aufgewogen goldschwert ist fast schlecht goldschwert ja ok dann hebe es mich auf da vorne ist noch ein abkopf denkt er sich du hast nur löschen in der runde ehrlich wenn ich meine dort celebrating da die für ähm aber muss ich gleich mal spielen Aua! Aaaaaaah! Was hast du verloren? Okay, ich wusste. Dann ist jetzt Johannes dran. So, jetzt werde ich euch zeigen. Connect! Jaaaah! Server full! Nein! So, jetzt. Ich weiß nicht, wie ich diese Anstellung machen kann. Okay, dann wird meine Alexa aktiviert. Hey! Die haben gar nicht Alexa gesagt. Komm, jetzt beginn. Hey, warum hab ich ein Häschen backen? Nein, eine Filmbachspanne. So. Ha! Scheiße! Jaaa! Janne ist Maschine! Schaffte, schaffte! Oh, fuck. Keine Wüstung. Das schaffst du, Janne! Okay, ich geh auf die Norskinder. Bleib stehen! Jaaa! Es liegt! Oh Gott! Jetzt kommen wir hier. Wie gehst du? Jaaa! Wie gehst du rein? 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 Vielleicht, vielleicht noch nicht. Jaaa! Okay, wo das ist. Okay, jetzt soll ich nicht mal ein wenig weggehen. Um mich auszurüsten. Wie gehst du rein? Es läuft nicht so schlecht. Sooo. Sooo. Ist grad geduckt, oder? Ja, ja. Natürlich. So. Ein Bogen. Einmal pssst! Niemand darf uns bemerken. Das ist ja dieses grinchige Face von Tim. Jaaa! So, wie lebt denn noch da unten hinten? Lelik! Oh Gott! Der Lelik hat einen Bogen! Aaaaaah! Lelik! 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 Stehen! Oh! Pfff! Hey! Wir können beide nicht schießen. Huuu! Huuu! Bye, bye! Oh nein! Nein, nein! Huuu! Huuu! Alter, ein Herz! Hehehehe! Ey, wenn ins eine Abstorbene kommt! Okay, sieht man grad gar nicht, oder? Ah, doch! Kills! Fünf Stück! Ah! Und das ist acht, okay! Ich muss essen! Also, Janis ist ein bisschen besser! Was war das? Warte mal! Oh Gott! Voll dir! Voll! Warte mal! Voll! Nein! Warte mal! Warte mal! Voll! Nein! Er ist schon ein bisschen dumm! Oh Gott! Nein! Ich habe noch einen schönen Tag! Das ist das erste Video von... Ich habe noch einen schönen Tag! Ja, ähm... Das war's echt mit dem Video! Äh, schalte... Das war auch! Schalte dann Dienstag zum Livestream ein! Und bei mir gibt's noch nie wieder mit dir! Ja, und guck das neue Video von Janis live an! Äh, ja, dann... Ciao! Ciao!